Prolog Erdberg, Dezember 1192 »Wir haben die Schlacht von Asuf überlebt, wir werden auch dies hier überstehen«, sagte Richard grimmig. Todesmutig führte er den Rührlöffel an die Lippen und kostete den Brei, dessen schlammige Farbe und Beschaffenheit nichts Gutes verhießen. »Allmächtiger! Das ist wirklich schauderhaft!« Geom grinste und sah zum Dachstuhl hinauf, dessen Balken knarrten, weil der eisige Dezemberwind durch die Strohschindeln pfiff. »Wetter hin oder her, wir sollten aufbrechen. Wir sind schon zu lange hier.« »Also, du hast ja recht. Aber wenn wir jetzt aufbrechen, kommen wir nirgendwo hin, weil die Pferde erfrieren würden und wir vermutlich auch.« Selbst im Schummerlicht dieses erbärmlichen Gasthauses schienen seine stahlblauen Augen zu leuchten. Vitalität, Klugheit, die unerbittliche Beharrlichkeit eines Visionärs, all das war in diesen Augen zu lesen. Aber die Züge verrieten seine tiefe Erschöpfung. Sie waren alle müde nach den Wochen der Flucht. Der Wirt, der mit einem Mönch und einem halben Dutzend Bauern an einem der Tische saß, schaute verstohlen zu ihnen herüber. Die drei fremdländischen Pilger waren ihm nicht geheuer. Auch die einheimischen Zecher betrachteten die Reisenden furchtsam. Erdberg lag kaum mehr als einen Bogenschuss von Wien entfernt. Dennoch waren Fremde hier weder häufig noch gern gesehen. »Mehr Wein!«, orderte Richard. Der Wirt ging in die finsteren Regionen am Ende des Schankraums, wo seine Fässer standen, und man hörte das Scheppern eines Zinnkrugs. Der Wind heulte mit furien Stimmen um das Gasthaus. Plötzlich hob Guillaume den Kopf. »Reiter!« »Ach, komm schon!«, protestierte Maurice. »Erzähl mir nicht, du kannst bei dem Geheul Hufschlag im Schnee hören, oder...« »Scht!«, unterbrach Richard und machte scheinbar zufällig eine Vierteldrehung, sodass er den breiten Rücken der Tür zuwandte. Der alte Wirt kam herübergeschlurft und stellte einen Krug auf das leere Fass, das ihnen als Tisch diente. Dächer gab es nicht. Also setzte Richard den Zinnkrug an die Lippen und trank. Er reichte den Krug an Guillaume weiter, als sich die Tür öffnete. In einer Schneewolke drängelten sich vier gerüstete Männer über die Schwelle, zwei, die gezückten Schwerter in der Hand, zwei mit Fackeln. Sie traten langsam zu Richard und seinen Gefährten. »Drei Pilger! Sieh mal einer an!«, sagte der Vordere, dessen schwarzer Bart und Augenbrauen Schnee verkrustet waren. »Was verschlägt euch in diese abgelegene Gegend?« »Unwägbarkeiten auf der Heimreise«, antwortete Richard. »Wie bedauerlich! Habt ihr etwa in Aquilea Schiffbruch erlitten?« »Aquilea? Wie kommt ihr denn darauf?« »Wir hörten so ein Gerücht«, erwiderte Schwarzbart leichthin, »von einem Heimkehrer aus dem Heiligen Krieg, der vor Corfu sein Schiff im Sturm verlor, ein Piratenschiff kaperte, um die Reise fortzusetzen, nur um dann vor Istrien schon wieder Schiffbruch zu erleiden.« »Das muss ja ein wilder Geselle sein«, spöttelte Guillaume. »Schwarzbart nickte. Deswegen nennen sie ihn Löwenherz.« »Nun, wir sind auf dem Landweg aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, denn wir sind arme Pilger, wie ihr seht«, erklärte Maurice. »Wir haben kein Gold, um Schiffe zu bezahlen.« »Wirklich?«, fragte Schwarzbart amüsiert und wies auf die Hand, mit der Richard den Spieß drehte. »Ich wette, mit dem Klunker hättet ihr eine ganze Flotte bezahlen können.« Betreten starrte Richard auf den kostbaren Smaragdring am rechten Zeigefinger, den abzunehmen er irgendwie vergessen hatte. Der zweite Ankömmling, der die blanke Klinge in der Hand hielt, trat heran und streifte seine Kapuze zurück. »Gott zum Gruße, edler König!« »Ihr ahnt nicht, welche Freude es ist, euch wiederzusehen!« Richard gab die Verstellung auf. »Herzog Leopold! Ich hoffe, ihr vergebt, dass meine Freude sich in Grenzen hält!« Der Herzog von Österreich lächelte, und der Hass, der in seinen dunklen Augen funkelte, konnte einem den Atem verschlagen. »Ich verhafte euch im Namen des Kaisers!« »Tatsächlich?« Scheinbar Gedanken verloren nahm Richard den geschwärzten, eisernen Spieß vom Feuer. Sie hatten die Waffen abgelegt, um den Bauern die Furcht zu nehmen, aber der Bratspieß war lang und spitz. Gerade als Richard sich Leopold zum Kampf stellen wollte, öffnete die Tür des Gasthauses sich erneut, und fünf weitere bewaffnete Männer stürmten herein. Guillaume und Maurice hatten ihre Schwerter in den Binsen hinter der Sitzbank fast erreicht, als vier der Neuankömmlinge sich auf sie stürzten und sie an den Armen packten. Herzog Leopold machte noch einen Schritt auf Richard zu. »Ergebt euch! Selbst ihr müsst einsehen, dass ihr keine Chance habt!« Richard Löwenherz, so sagte die Legende, war der größte Feldherr seines Zeitalters, ein unbezwingbarer Schwertkämpfer obendrein, egal wie groß die feindliche Übermacht. Doch die Legende übertrieb. Nicht einmal Richard Löwenherz konnte mit einem Bratspieß eine feindliche Übermacht von neun zu eins besiegen, und er dachte nicht daran, sich bei dem Versuch zum Gespött zu machen. Also warf er Leopold den Spieß vor die Füße. »Das Huhn schenke ich euch dazu,« sagte er liebenswürdig. »Das würde ich mir an eurer Stelle überlegen,« gab der Herzog zurück. »Es könnte für lange Zeit das letzte Brathühnchen sein, das ihr seht.« Er gab seinen Männern ein Zeichen. »Na los, worauf wartet ihr?« Schwarzbart setzte dem König die Klinge an die Kehle, während zwei weitere ihn nach verborgenen Waffen abtasteten. Ein vierter trat hinzu, und ein dumpfes Klirren war zu vernehmen. »Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich keine silbernen Ketten mitgebracht habe, wie ihr sie für meinen Vetter Isaac von Zypern anfertigen ließet.« höhnte Leopold bitter. Die Schmach seines Cousins war nur ein Punkt auf der langen Rechnung, die er mit Richard von England offen hatte. »Krämt euch nicht,« entgegnete dieser tröstend. »Goldene Ketten wären ohnehin angemessener gewesen, meint ihr nicht?« »Wo bringt ihr ihn hin?«, fragte Guillaume. »Wisst ihr eigentlich, welch furchtbare Sünde ihr begeht, einen heiligen Krieger zu überfallen?« Leopold schnaubte belustigt. »Ich werde versuchen, es bei der nächsten Beichte nicht zu vergessen. Und jetzt gib Ruhe, Söhnchen. Wenn du schönartig bist, darfst du noch ein bisschen weiterleben.« »Ich bin kein Söhnchen, euer Gnaden. Mein Name ist Guillaume of Warringham, und ich gehe, wo immer König Richard hingeht.« »Maurice de Clare«, meldete sein Freund sich zu Wort. »Und das gilt auch für mich.« Leopold winkte desinteressiert ab. »Ihr täuscht euch beide. Da, wo er hingeht, braucht er keine Gesellschaft. Gerhard, Wilhelm, bindet sie und behaltet sie im Auge. Morgen früh lasst sie meinetalben laufen.« Schwarzbart und einer seiner Kumpane traten mit erhobenen Waffen auf die beiden jungen Kreuzfahrer zu, die sich gleichzeitig mit einem Ruck aus den Griffen ihrer Wächter befreiten, nach links und rechts wegduckten und dann wieder aufrichteten, der eine mit einem Scheit aus dem Feuerkorb in der Hand, der andere mit einem Holzschemel. »Halt!«, befahl Richard. »Abdank, Freunde!« Er trat unter leisem Kettenklirren zu seinen Gefährten. »Wenn dies hier Gottes Wille ist, dann soll es eben geschehen. Doch ihr habt jetzt Wichtigeres zu tun, als sinnlos euer Leben wegzuwerfen. Versteht ihr mich?« Sie nickten, sprachlos angesichts dieser tückischen Wendung, vor allem angesichts der rostigen Eisenschellen an den Händen und Fußknöcheln ihres Königs. Er sah erst dem einen, dann dem anderen in die Augen. »Also geht mit Gott! Wenn ich es recht bedenke, möchte ich lieber nicht mit euch tauschen. Ich gehe lediglich in Festungshaft. Ihr hingegen müsst meiner Mutter erklären, wieso ihr ohne mich heimkommt.« Erster Teil Höllenpakt 1193 bis 1194 Warringham, Januar 1193 »Nan los, komm schon, Yvain!«, rief Jean Fitz-Edmund. »Du schläfst mir doch hoffentlich nicht ein!« Yvain warf ihm einen blitzschnellen Blick zu, ehe er wieder auf Rogers tanzende Klinge schaute, den Schild anhob und zum Konter überging. Klirrend trafen die stumpfen Übungsschwerter aufeinander, zweimal, dreimal in schneller Folge. Yvain stellte ungläubig fest, dass er Roger jetzt ganz allmählich zurückzwang. Jean Fitz-Edmund blieb auf einer Höhe mit ihnen, wenn auch gut fünf Schritte zur Seite, um ihnen nicht ins Gehege zu kommen. »Gut so! Vergiss deine Deckung nicht, Roger! Und du beweg die Füße, Yvain! Wer den anderen entwaffnet, darf morgen mit zur Falkenjagd!« Die beiden Knappen tauschten einen Blick, und aus Übung wurde bitterer Ernst. Sie beide wollten diese Jagd. Roger ließ das Schwert auf Yvains Schild niedersausen. Yvain spürte die Erschütterung bis in die Fußspitzen und erkannte voller Schrecken, dass sich doch nichts geändert hatte. Roger war immer noch stärker als er. Die Schwerthiebe fielen wie Hammerschläge auf seinen Schild, und nun war Yvain derjenige, der zurückgedrängt wurde. Er stemmte sich dem Ansturm entgegen, wich nach links, sodass Rogers nächster Stoß ins Leere ging und griff ihn von der Seite an. Aber Roger de Lacy, dieser gottverfluchte Hurensohn, hatte auf alles eine Antwort. Und als Yvain den Schildarm abwinkelte, um das Gleichgewicht zu halten, stürzte Roger sich auf die Lücke in seiner Deckung. Yvain spürte einen Schlag vor die Brust wie den Stoß eines Ramboks. Er landete auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet und regungslos, weil der Aufprall alle Luft aus seinen Lungen gepresst hatte. »Gut gemacht, Roger!« rief ihr Lehrer und drosch dem Sieger auf die Schulter. »Wie beglückend, dass wenigstens einer von Euch sich gelegentlich merkt, was ich Euch beizubringen versuche!« Yvain kam auf die Füße und verneigte sich vor seinem Bezwinger. »Wie es aussieht, muss ich noch härter trainieren. Die Jagd gehört Dir.« Roger erwiderte die Verbeugung, wandte sich an den Lehrer und bemerkte, »Der Wettkampf war unfair. Ich bin zwei Jahre älter als er.« »Auf dem Schlachtfeld kümmert das niemanden,« gab Jean verächtlich zurück. »Wer nicht lernt, einen stärkeren Gegner mit überlegener Technik zu besiegen, »Stirbt als sehr junger Held.« »Aber...« Yvain legte Roger die Hand auf den Arm. »Halt die Klappe. Ich fühle mich noch besiegter, wenn Du Ausflüchte für mich vorbringst.« Jean Fitz-Edmund lachte in sich hinein und klopfte auch dem Jüngeren seiner Schüler kurz die Schulter. »Seine Schwertkunst mag noch nicht sehr entwaffnend sein, aber Deine Aufrichtigkeit ist es allemal.« Er war einer der jüngeren Ritter im Haushalt des Earl of Warringham. Die meisten seiner Altersgenossen waren mit dem König ins Heilige Land gezogen, aber Jean hatte aus Gründen, die er nicht preisgeben wollte, verzichtet. Yvain hatte manches Mal darüber gerätselt, was einen Ritter veranlassen konnte, sich die Ehre, den Ruhm und die Vergebung seiner Sünden entgehen zu lassen, die ein Kreuzzug mit sich brachte. Aber er war froh, dass Jean dageblieben war, denn er war ein guter Fechtlehrer, der seine Zöglinge mit seiner Waffenkunst inspirierte. Der Schnee knirschte unter Yvains Stiefeln, als er den Mönchskopf überquerte. Oben auf der kahlen Kalksteinkuppe, welcher der Hügel seinen Namen verdankte, wehte es eisig. Seine Finger nahmen allmählich einen bedenklichen Purpurton an, vor allem an der linken, die den vollen Wassereimer trug, und von seinen Zehen spürte er auch nicht mehr viel, als er sein Ziel erreichte. Rechterhand des Mönchskopfes lag Warringham Heath, eine unberührte Heide. Ein einzelner Baum erhob sich inmitten der Heide, eine knorrige Erle. Sie hatte sich im Wachstum vom Wind weggeduckt und in sich selbst verdreht und verschlungen. Natürlich nannten die alten Weiber sie einen Feenbaum, und das ganze Dorf war erschüttert gewesen, als letzten Sommer der Blitz hineingefahren war und den Feenbaum in schwarz verkohltes Totholz verwandelt hatte. »Ein schlechtes Zeichen!« hatte die Alte Wilona gemunkelt. Also hatte Yvain beschlossen, den toten Baum wieder zum Leben zu erwecken, um das böse Omen zu bannen. Zur allgemeinen Belustigung kam er jeden Tag her und kippte einen Eimer Wasser an die Erle. Das tat er auch heute. Mit der rechten strich er über die verkohlte, raue Borke. »Trink!« murmelte er. »Ich weiß, es schlummert noch Leben in dir. Also trink und wach auf. Sag deinen Feen, sie sollen sich mal ein bisschen anstrengen. Ein einziger kleiner Trieb im Frühling. Wie wär's?« Helles zweistimmiges Gelächter hinter ihm ließ ihn zusammenfahren, und er wirbelte hastig herum. »Immer mit der Ruhe, wir sind's nur!« sagte Cecily, seine Schwester. »Hast du gedacht, die Feen kämen dich holen?« fragte Amabel lächelnd. Yvain las den Ledereimer auf. Das war ein guter Vorwand, den Kopf abzuwenden, damit er ihr Lächeln nicht länger sehen musste. »Vielleicht ist es ja so. Und ihr seid Feen, die sich unter die Sterblichen gemischt haben, um Schabernack zu treiben?« arg wöhnte er. »Was sonst könnten zwei junge Ladies hier in der Heide zu suchen haben?« Sie hakten sich links und rechts bei ihm ein, und Amabel nahm ihm den Eimer ab. »Wir waren im Dorf bei Vater Kinneheld,« klärte sie ihn auf. »Die Frauen haben heute den Weihnachtsschmuck in der Kirche abgenommen, und eure Mutter hat uns geschickt, ihnen zu helfen.« Er drückte seiner Schwester einen Kuss auf den rotblonden Schopf. Cecily war elf, vier Jahre jünger als er. »Was gibt es Neues im Dorf? Matthew, der Schmied, hat sich die Hand gebrochen. Wie kann man sich während der Feiertagsruhe die Hand brechen?« »Mit ein wenig Hilfe aus der Nachbarschaft,« antwortete Amabel. »Von Elfam zum Beispiel. Haben sie sich schon wieder geprügelt?« Amabel nickte. »Vater Kinneheld sagt, seine Lordschaft müsse ihnen ins Gewissen reden, ehe einer den anderen umbringt.« Evane dachte, dass es vermutlich nicht viel nützen würde. Die Bauern und Handwerker von Warringham hatten Respekt vor ihrem Lord. Sie lauschten andächtig, wenn er ihnen etwas sagte, aber sobald er den Rücken kehrte, machten sie wieder nur das, was sie für richtig befanden. Cecilys Gedanken schienen in die gleiche Richtung zu gehen. »Mutter sollte sie sich vornehmen. Wenn überhaupt, werden sie auf sie hören.« »Du hast recht,« stimmte Amabel zu. »Sogar in Hadfield fressen ihr die Bauern aus der Hand.« Amabel stammte aus Hadfield, einem Landgut, das südwestlich an Warringham grenzte. Ihr Vater hatte mit eiserner Hand über das Gut geherrscht, bis er mit dem alten König in den Krieg gezogen und gefallen war. Seine Frau war schon zwei Jahre zuvor gestorben, und Amabel, sein einziges Kind und somit seine Erbin, hatte der König als Mündel in die Obhut des Earl of Warringham gegeben, auf das der sie mit seinem Sohn vermählen und die Landsitze zusammenführen konnte. Ein übliches Arrangement, wusste Yvain. Nur leider war nicht er derjenige, der Amabel heiraten würde. Das Mädchen aus Schnee und Ebenholz, wie seine Mutter sie wegen der schwarzen Haare und der weißen Haut nannte, war die Braut seines Bruders. Und ganz gleich, wie Yvain sich wünschen mochte, es wäre anders, er konnte sie niemals bekommen. Cecily machte sich von ihm los. »Es fängt an zu schneien!« Sie breitete die Arme aus, legte den Kopf in den Nacken und streckte die Zunge heraus, um eine Flocke zu erhaschen. »Sehr damenhaft«, lobte der große Bruder. »Und wenn schon, was soll ich im Kloster mit höfischen Manieren?« Am Tag ihrer Geburt hatte ihr Vater Cecily der Kirche versprochen. Bislang immer eine ferne Zukunftsaussicht, war ihr Eintritt ins Kloster indes mit einem unerwarteten Ruck näher gekommen, als ihr Vater ihnen an Weihnachten eröffnet hatte, dass er Cecily nach Wilshire in die Abtei von Amesbury bringen werde, sobald der Schnee geschmolzen war. »Möge der Frühling spät kommen«, fuhr es Yvain durch den Kopf. »Möge der Frühling spät war,